Wir leben jetzt schon seit Wochen ohne Küche, denn in unserem neuen Zuhause haben wir keine Küche. Und das Schlimmste ist daran, dass wir keine Spülmaschine haben und kein richtiges Waschbecken, wo man abspülen kann. Deswegen muss ich einfach in unserem Bad abwaschen. Und da haben wir nur so ein richtig kleines Waschbecken. Und das Kochen geht eigentlich, wir haben so eine kleine Kochplatte gekauft. Und als Kühlschrank haben wir so eine Kühlbox von einer Freundin ausgeliehen. Und ich kann es echt kaum erwarten, bis wir endlich wieder eine Küche haben. Denn das Abspülen ist wirklich reiner Horror.